Ey Bruder, Bruder, wir spielen hier einfach mit Amateuren, Miss Baker, gib mit deiner Hand die Nummer. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein, danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen, alle meine Worte in Lines, creative code für den Ripe, ey Crymex OG, ihr wisst mir schein. Heyo Leute, zu Crymex hier und die Einbruchbrüder sind wieder zurück, herzlich willkommen zur ersten, herzlich willkommen zur ersten Mission vom Casino DLC, wir müssen Mr., wie heißt er, Mr. Tao Chang befreien, Leute, mit dabei Leute, StandardSkillBlogs und Truos, Bilan, AgaBay, aka Theo, aka, ich hab kein reales Leben und spiel deswegen zu viel RP, let's go Leute, auf geht's zur Mission, ein frohes Grüner. Der Ansage in der Begrüßung. Ey, hab mir die Tür abgefahren, ihr Idioten. Direkt, direkt wird hier geschossen in der Begrüßung. Wir spielen ein Team. Boom, haha, boom, Junge. Ey Leute, wir müssen uns aber, glaube ich, anschleichen am Hotel, ne? Tegger, was willst du mit deinem Sportwagen, Stani? Oh Gott, Alter, ist das anstrengend, mit dem wir die rumschreien. Sollen wir erstmal mit denen reden? Okay, lass mal mit denen reden. Denkt ihr echt reden? Ey, reden trinkt gar nichts, Jungs. Jetzt glaubt, auf freundlicher Basis kann man das klären. So, by the way, musst hier nochmal, ey Jungs, lass mich mal nach vorne laufen, und ich hab den High-Roller-Anzug, von mir haben die Respekt. Ich geh vor. Okay, gut. Aber der Einer hat ne Knarre, ne? Warum hat der ne Knarre? Ja, egal, egal. Ich hab den High-Roller-Anzug für Arma. Okay. Ey, Jungs. Ey, hallo. Willst du Partystimmung machen, oder was? Hallo, Bruder. Wo ist der Tao-Chenk? Ey, lass mal Tao-Chenk frei. Ja, ist ja okay. Ich will, ich will, ey, 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 Jungs, ey. Der dringt durch. Der dringt durch, Digga. Ey, warte, ich drehe jetzt völlig durch mit Raketwerfer. Lass Tao-Chenk frei. Die nehmen die komplett auseinander. Mach zwei, oh mein Gott. Mach rät, du? Der eine rennt wirklich mit so einer Rohrzange auf mich zu. Die sind richtig drin. Lass Tao-Chenk. Ich glaub, das sind Paul-Berger. Bruder, die sind richtig fertig auf dem Bereich. Ey, wo kommen die alle her? Wow, fuck. Da kommen richtig viele Leute gerade. Ey, da kommen richtig viele, Jungs. Wow, jetzt bin ich gleich tot. Ich brauche Hilfe. Ah, jetzt bin ich gleich tot. Ich brauche Hilfe. Gehen Deck und gehen ab, Junge. Oh mein Gott. Oh, fuck, ich bin auch gleich tot. Kannst du auch von den Rund zuheilen? Ja, die töten mich. Komm doch mal hier. Der lebt noch. Ey. Hast du nicht was zu essen? Hast du was zu essen mit? Ich hab doch keinen Hunger jetzt. Es wird angetrotten, Mann. Die Guys, hab keine Hungerpille. Elf mir mal. Bruder, ich mach die Knie hier von außen. Ja, wo kommen die immer her? Alter, von außen. Keine Ahnung, hier aus dem LKW. Nein. Okay. Nein. Ich geh rum. Ich geh rum. Okay, vorne gesichert, Jungs. Ich geh rein, okay? Doch nicht gesichert. Ich geh rein, okay? Ich geh rein. Ja, ich lebe ein paar noch. Das sind oben welche. Ich drehe am Rad. Ich drehe am Rad. Oh, Granat fliegt zurück. Der wo ist ein Tao Cheng, Alter? Ey, okay. Den letzten verkloppe ich. Den letzten verkloppe ich. Oh, der hat eine Ohrzange. Ey. Der hat eine Ohrzange. Ey, ich bin... Oh mein Gott. Ey, Leute. Ich bin so raus in GTA kämpfen, Alter. Tao Cheng, Nihao. Tao Cheng. Leute, vielleicht versteht ihr uns gar nicht. Ey, ich seh Cheng. Ich seh Cheng. Max, da. Ich seh Cheng. Oh, danke. Hier, das andere Gebäude. Ich laufe hoch. Oh nein. Dick, ey. Max, laufe vor, Dicker. Wir machen jetzt... Cheng, bist du das? Die haben Stani erwischt. Digga. Komm mit, Cheng. Wir müssen aufpassen. Ja, jetzt kann der mehr sterben. Digga, der eine hat mich voll organisiert mit der Schrotfunde, weil er ein Camper war, der Idiot. Okay, Jungs. Bist du tot? Cheng, komm mit. Der ist der. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, Bruder. Hab ihn. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, ich start schon. Alter. Philipp, hau auf mich zu sießen. Wo ist der noch? Da, auf dem Gelbbruch. Ey, warte. Hilf doch, Cheng. Da lebt noch einer. Jungs, komm schon her. Jungs, die kommen alle zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Geht hier hoch. Geht hoch. Geht hoch. Und ich schübt sie direkt weg. Ich schübt sie direkt weg. Der, der muss Shotgun nehmen. Digga, ich schieße mit der APG direkt. Doch, aber die kommen alle gerade zu mir. Treppe hoch und so. Okay, komm, mach Pressure. Wir machen das. Easy. Scheiße, was machst du denn da? Ist der bei dir? Ist der Top Cheng? Ja, ja, auf ihn. Cheng, komm runter. Okay, ich stabilis. Good job. Okay, wir müssen ins Casino wieder. Ist der unter Besuch? Pass auf, Max, da oben. Gib mir Deckung, Bruder. Habits, Habits. Okay, sehr gut. Alles clear. Sehr gut. Oha, hier ist explodiert alles. Okay. Vorne gesichert. Habit, Krieg. Cheng, einsteigen. Ja, aber wo ist der Top Cheng? Wo ist denn der Pumpe? Ja, ich hab ihn in meinem Wagen. Achso. Der ist noch der hier. Ja. Okay, sehr gut. Wir müssen ihn, wir müssen, äh, lass den Wagen beschützen. Ja, ja, komm. Sehr gut, den kann auch nicht fahren. Wir skottieren sein Auto jetzt. Oh, oh, wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Oh, buh, oh, mein Gott. Ich fahr vor, ich fahr vor, Brox. Gib Deckung mit meinem Panzerwagen. Sehr gut, sehr gut. Ey, verpüßt euch hier. Ach, das wird ihr, Digga. Oh, sorry. Oh, mein Gott. Bin fast down, Jungs. Oh, die ist aus. Oh, sorry, sorry. Ey, Miss Baker. Wie viele sind hier, Mann? Miss Baker jetzt nicht. Ja. Ich fahr einfach alle Biker über den Haufen hier. Ey, Jungs, hier lang. Hier rechts, hier rechts auf die Autobahn. Stab den, Digga. Kleine ab, kleine ab. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich fahr wieder vor. Brox, fahr vor, ich hol's alles weg mit dem Biker. Oh, und vor uns, vor uns, Biker. Oh, 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 oh. Boom. Sorry, Jungs, ist das noch ein Biker? Kommst du hinterher, Bruder, Brox? Ja. Ich bin tot. Nein. Nein. Ey. Wie ging das denn, weil Philipp mich gerammt hat? Wir spielen hier einfach mit Amateuren. Du bist gestorben, Bruder. Digga, Stani ist gestorben. Er ist gestorben und sagt, wir haben zu schlechte Leute im Team. Alles klar. Ey, nochmal alles machen. Und wo sind unsere Autos? Wir müssen hier nur noch mitnehmen. Ja, wir müssen nur zum Hotel gehen. Wir müssen jetzt da. Warte, nimm mich mal mit. Mein Auto bin mir nicht mehr. Dali, weg. Oh, mein Gott, Digga. Digga, das Auto ist so ein Panzer. Wir müssen nochmal befreien, Jungs. Ja, komm, egal. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, Max, bin das tot. Sorry, Bro. Oh, ey. Sorry. Ey, sorry. Sorry. Sorry, Digga. Ich bin hier in Krieg, Digga. Da gibt's doch mein Leben. Ich hab die so zweste an, Digga. Ich natze jetzt einfach alle mit meinem Auto. Ist mir scheißegal. Du, lass uns Schengen abholen. Genug hier mit dem Auto. Motivation für uns. Jetzt hier Schluss mit Lustig. Mach meine Motivationsmusik an. Sehr gut, sehr gut. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Die kommen alle wieder. Mach mal Musik aus. Habt ihr den Bummi? Der ist ja nur am Campen. Wo ist der denn? Da oben. Das sind richtige kleine Camper. Richtig Angst haben. Auf zum Casino. Noch zwei müssen weggeholt werden. Hinter uns noch. Wir können so auch schon durchlaufen. Jetzt müssen wir Tau-Chank zum Casino bringen. Steig ein. Nein, fahr nicht wieder Motorrad. Fahr in Autobrocks. Ich steig bei dir ein. Wir haben nur noch 0 Titen. Eben, ne Jungs? Ich bin der Schnellste. Tau-Chank, steig ein. Ja egal. Okay, Miss Baker rauf dann. Miss Baker. Schickt mir News auf Snapchat. Bis später. Ganz ruhig jetzt Leute. Jetzt bis sie mit Gewissen machen. Ganz ruhig jetzt. Ich bretter jetzt zum Casino. Mich kann niemand aufhalten mit dem Auto. Was ist los? Bam. Weg mit euch. So. Weg mit euch. Ja, das weil es nicht aus dem Auto geht. Aber die Tür... Ja gut, scheiße. So, weg mit euch. Der Fahrer ist down. Weg mit euch. Boah. Digga, das ist so ein lebensgefährliches, was du machst, Philipp. Egal, ich geh mit dem Auto einfach durch, wie Butt heißt. Mich juckt gar nichts. Wie das aussieht, war nicht, wenn wir die umfallen. Ey, Bruder, Bruder. Warum fährst du mir... Warum... Du hast zu mir rüber gelenkt. Hau ab. Boah, da fährst du viele, Digga. Ey, du bist zu mir rüber gelenkt. Max hinter uns, jemand verfolgt mich. Ey, der schießt auf mich rein, Max. Ey, okay. Lenk da rechts, der schießt auf mich rein. Warte, weißt du, was ich mache? Tricks 17, der soll mir hinten drauf fahren. Okay. Warst du scheiß... Egal. Oh mein Gott, was geht hier ab? So viel Fuß hab jetzt gar nichts mehr. Kommt rein, schnell, Jungs. Warte, Bruder, jetzt... Brox, ich mache jetzt Transporter-Move. 3-3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Reinschießen wir euch. Was? Guck mal, wie die abhauen. Die hauen ab. Die haben Angst. Die haben gerade meinen krassen 180 Drift gesehen mit Maschinengewehr. Da haben die Angst bekommen, Alter. Auf einmal drehen die um. Wir sind da. Oh. Oh. Oh mein Gott. Der war immer... Er war echt so. Oh, Digga. Geh rein. Geh rein, Trottchen. Bevor ich mich vergesse. Oh, yeah. Okay. Miss Baker, gib mir deine Hand die Nummer. Ey, die sollen wir immer Chittons geben. Statt Bargeld. Ich will Chittons. Oh, Jungs. Einbruch, Bruder. Erste Mission haben wir bestanden, Jungs. So, Leute. Dann würde ich sagen, das wird es von der ersten Episode gewesen sein. Von den Einbruch, Brüdern. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Meine Cammy ist hier ja auch gerade leider ausgegangen. Aber wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Checkt doch gerne Jungs aus. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Mal als Folge von den EIS. De床, bis jetzt. Lesen, die damaligen. Vielen Dank.